ich stelle meine wasserflasche also ich trinke meine wasserflasche immer leer so keine ahnung irgendwann halt ne dann nehme ich meine wasserflasche fülle sie am wasserhahn auf dann ist sie eiskalt und dann stelle ich sie oben auf meinen computer drauf natürlich zugedreht ne und irgendjemand lief ein generativen gut job stelle sie auf meine wasserkühlung drauf also auf meinen computer die wasserkühlung pustet warme luft hoch wärmt mein wasser leicht an sodass ich das leichter trinken kann ist das nicht super genial das ist ein bisschen eklig so wie wildschwein suppe mit minze was was das ist lauwarmes wasser lauwarmes wasser schmeckt genauso wie kaltes wasser nach gar nichts das ist trotzdem eklig ich weiß nicht warum da muss dann schon tee sein oder so was dann ja oder kaffee was einfach lauwarmes wasser ist einfach keine ahnung was der fuck nein alter weißt du eiskaltes wasser oder was für ein eiskaltes was an den zähnen hast das ist einfach das ist irgendwie uncool findest nicht ja eigentlich nicht du creeper das ist meine schuld niemand mag eiskaltes wasser in den zähnen niemand i don't care hauptsache oder water und farm weiß nicht ne weiß nicht ne ich bin der david katzer richtig zodiac let's go zodiac ist das ein spawn oder was ja genau er nehmt den begriff eigentlich nur in verbindung mit dem zodiac Ja, ja, das ist so der Killer, da muss ich auch mal denken. Hat er irgendwas mit Yachten gemacht? Hat er irgendwie, keine Ahnung, ist er auf Yacht auf Jagd gegangen oder so? Ist das wahrscheinlich einfach nur eine Bezeichnung für eine Eisscholle oder sowas? Meinst du? Oder für das hintere Teil eines Schiffs, dessen genaue Spezifikation ich jetzt nicht sagen werde, weil ich es bestimmt falsch sage. Bug. Vollkommen richtig. Weiß nicht, ob Bug wirklich... Oh, die sind unten. Ich weiß es nicht, deswegen sage ich sie nicht. Oh, der ignoriert mich einfach. Ich bin schon wieder in den Weg nach oben, glaube ich. Naja, wird zu blöd, über das Schildste drüber zu springen. Ja, Knüppel, das ist gut, das ist gut, Knüppel. Ah, guck mal, die fleißigen Bienchen sind am arbeiten. Ja, ja, killholes are happening. Ja, ich bin schon wieder in den Weg nach oben. Please don't spot me. Please don't spot him. Das Setzer hast du ja ganz groß, muss ich sagen. Ist gut hell hier, heilige Scheiße. Was sagst du, ich bin blind? Sehe ich ja jetzt erst, dieses riesige, monströse U-Boot. U-Boot? Wo ist das U-Boot? Was? Wo ist ein U-Boot? Bei mir. Riesige, monströse U-Boot? Warte, das kann eigentlich bei dir nur eine Sache bedeuten. Das ist ein Mini-U-Boot. Wo ist das U-Boot? Wow, what the fuck, Alter. Das ist ein fucking Zerstörer. Wie nennt man große U-Boote? Atom-U-Boot. Ich glaube, wir machen hier offen hier. Guck mal hier. Das ist so Knüppel. Knüppelt. Ja. Ich bin mal lurken. Ich hab mal ausgefahren. Ha, damit packt aus. Und, David? Ich hab's ne Drohne. Aber sonst ist hier alles leer. Ja, irgendwas ist hier auf jeden Fall. Kurz einfahren, hinsetzen. Und den Kram kaputt machen. Lass mich nochmal mit meinem, äh... What? Ich bin grad aus. So wie ich. Ich bin immer noch. Oh, ich bin mega erschrocken, ja. Steh bloß nicht auf, ja? Ha! Eat shit, bro. Geh nicht zu weit rein, David. Nicht, dass da gleich so ein... Ne, dafür ist das Risiko zu sterben viel zu groß. Noch kurz. Immer noch, wie war, an der Treppe. Zwei Stück. Linke Treppe bei Richtung A, oder was? Ähm, ja, da diese, ähm... Main-Treppe, wo man halt komplett nach unten geht. Also komplett geradeaus durch, weit weg von uns hier. Ja, oben auf der Treppe bei Edu ist was. Linke Seite von mir aus gesehen. Ja, müssen bald was machen. 1,50. Nice. Geht rein, Jungs. Jo. Und hinter David. Geradeaus in Schildensee Bewegung. Tötet mich mit einem Schuss, Alter! Der war da ver... Hat er nicht getötet? Ja. One-Shot. Oh, Gott. Der Ding ist schnell. Ah, der ist in Gangpüppel. Der darf... Mach jetzt hier auf, auf A genau. Oh! Okay, ich mach einfach gar nix. Wo kam der denn her? Der war doch niemals die ganze Zeit da. Oh, ey, ist so Lele, ne? Da, der war plötzlich in der Ecke drin. Der ist da hingerannt. Der ist eben... Wollte ich gerade sagen, der ist über den Flur gerannt, anscheinend da hin. Boah, wir müssen jetzt mal was machen. Oh, das ist ein Daniel, was macht! Knüppel, hab ich... Ich hab dir doch... Ich hab dir doch mal die Predigt gehalten über Macher. Macher! Knüppel, wir brauchen Macher! Ich war selbst ein bisschen überrascht, dass alle immer da waren, wo ich war. Aber ich wollte gerade die Tür aufsprengen, bei A Blenden gehen, schnell, weil du da gerade alles im Regeln warst. Oh, Mann. Oh, Gott, ja, fängt gut an, die Runde. Gefällt mir! Ja, mein, alles hat Spaß. So macht das Spaß. Ich hab Bronshot ins Gesicht bekommen, hab eine Millisekunde das Schild runtergenommen, der Typ hat fünf Minuten auf meinen Kopf geguckt und ich hab ihn nicht gesehen. Gut, dass übrigens niemand gesehen hat, wie ich einmal irgendwie 20 Schuss an jemanden vorbeigeschlossen hab, der injured am Boden lag, weil ich den Spray-Controller nicht unter Kontrolle hatte. Oh, ja, oh, ja. Oh, ja, oh, ja. Oh, ja, oh, ja. Ich werde gleich gemacht. Ich kann eh vorher rum. Ich muss eh alles anmachen. Ah, Knüppel, kannst du noch Kielerholz machen? So, es sind noch so ein paar. Hab ich gemacht, weil die da vorne direkt. Ich meine, vielleicht noch ein, zwei mehr, so, weil da sind noch so ein paar andere Wände, so, zwischen den jeweiligen Bob-Spots. Uno momento, por favor, ich leg noch meine letzte Matte. Oh, ja. Ich kann eigentlich mit dem Fuse... Oh. Huch. Oh, der hat ein Schild hergenommen. Oh, der hat ein Schild bei mir, am Ende des Ganges. Oh, der hat ein Schild bei mir. Oh, der weiß. Oh, der weiß. Oh, der weiß. Oh. Genau hier, durch diesen Gang hier. Da kommen garantiert gleich Leute. Die Elite-Putzfrau guckt da gerade schon rein, unsere Pistole, Alter. Die alte Elite-Putzfrau, die alte Cleaner. Ja, deswegen bin ich auch hier und verstecke mich. Guck, jetzt bin ich da. Wow, da. Ja, wo bist du hin? Oh, die Elite-Putzfrau wurde gerade genaszt. Noch ein Hamra. Komm gerade von oben, ich kann die gleich alle von hinten holen. Das ist gut. Lass dir aber Zeit, mach langsam, ne? Okay. Am Ende des Gangs sind zwei Leute. Bin bereit. Ohne. Er hat mich abgeaimt. What? Ja. Really? Guck mal, wir liegen in die Endfield. Er hat mich abgeaimt. Ja, Klippel. Aimlegend, ne? Relativ close, einer. Drei Stück kommen von der Richtung. Granate. Von da, wo ich jetzt in den Gang bin. Wo ich umgebracht wurde und wo Elite-Putzfrau erschossen wurde. Ist ja einer auf dem Gang. Markieren einfach mal. Ja, da kommen... Eben. Bei Eduard. Ist doch... ...gewickelt. Da sind noch zwei. Oh, Headshot. War richtig typisch geplant. Ich hab das gesehen. Ich bin ein bisschen trapped hier drin, David. Kann ein bisschen raus. Ne, 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 ne. Ich meine nur, dass ich nur trapped bin. Also, falls jemand mich rusht, dann musst du so ein bisschen mir beistehen. Ja, deswegen stehe ich hier auch hier, falls die weiter nach vorne kommen. Ja, genau. Ist drei gegen drei. Ich mag die Geräuschkulisse des Schiffs. Bewege. Bewegung. Relativ close. Nice. Da kommt noch... Da müsste theoretisch vielleicht sogar noch einer sein. Ich will zwar nicht safe pointen. Ich glaub schon, dass da noch einer ist. Goddammit. Ohohohohoho. Noch mal eine Runde, Junge. Ohohohoho. Oh Gott. Ich meine da, ich hab den gesehen und den anderen... Geplant Headshot auf jeden Fall. Oh Gott. Ich denke, he's walling. Ich denke, he's walling. Oh, gute Runde. Gefällt mir. Ich hab Spaß. So, stopp, David. Stopp. Warum eigentlich immer auf Edge, wenn du das stoppst? Wie machen wir das? Nur Lines 1, wer bin ich? Weiß ich nicht. Elite Putzfrau? Oder Eduard, ich kill nicht den Diffuser? Naja. Stimmt. Das Ding ist so, ich nehm dir halt die Kills weg. Das ist das Fese, weißt du? Deswegen. Er hat voll die mega sneaky Position und dann hat er mir einfach die ganzen Kills weg gesnackt. Das klingt fürchterlich gemeint, wenn du das so ausdrückst. Ich bin mega stolz gerade auf mich. Ich schaffe mal was in dem Game. Feels good, man. MD7 good, man. Streamchill, MD7... Achso, Moment. Ja. Aha. Weißt schon nicht wie sich das anfühlt, oder? Ja, die sind unten. Wieder gleich Position. Ja. 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 Oh, cool Sneaky, wo ich gerade bin. So Sneaky. Genau da, wo wir waren. Da liegt ne Wache. Gebe es auf mit der Drohne. Du wolltest grade sagen, warum hat die Drohne keine Arme. Achso. Keine Kekse. Vielleicht hast du ja auch Sarah. Lauf da auf Hilfe. Bestimmt nicht Sarah. Bestimmt nicht Sarah. Wie ist denn David? Warum ist Sarah von der Leiter gekommen? Machen wir keinen Scherz drüber, okay? Wenn du armlos wärst, würdest du darüber auch nicht lachen, ja? Richtig. Ja, vielleicht armlos, aber nicht oben und los. Warum fehlt uns wieder jemand? Oh Gott. Es ist immer das gleiche, ne? Liedeputzer, wo ist Eduard Laser? Ja, du könntest einmal ein bisschen füsen, wo ich gerade bin. Am, 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 am Heck des Schiffes, Bug? Bugheck? Ich fahre mal hinne rum. Hinne rum, ja. Hinne rum, ja. Hinne rum, musst du aufmachen. Übrigens, äh, ich hab mit jemandem Counter-Strike gespielt, der kam an Karlsruhe. Und circa alle YouTube-Kommentare gingen nur darum, oh Karlsruhe, Karlsruhe Beste, Karlsruhe, ich bin der Badener, ich bin Württemberger. Kann sein, dass du warte? Willkommen. Rivalität zwischen... Wo ist einer? Direkt da. Hab ich. Nice, Punkt. Yet again, I see shit. Wo ist man da? Hopp, hopp. Okay, ganz hinten rechts. Kannst du mal so sneaky peeky von oben kommen oder so? Oh, ganz hinten links ist auch einer. Wir sind in dem großen Engine-Raum. Zwei Stück. Ja, gib mal bitte kurz Zeit, ja? Ja, ich schieb mich grad zurück. Oben auch, über dem Engine-Raum. Auf jeden Fall mindestens zwei Stück drinnen. Oh, perfekt, dass du zurückgegangen bist, ey. Kam C4 gerade? Da kam gerade, ist C4 angeflogen, ja. Ja. Einer rechts. Na, hier ich nochmal da. Genau. Da war einer. Ruhig kurz. Wir kommen jetzt bestimmt von außen. Kann ich mir gut vorstellen. Nein, 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 nein! Oh Gott! Oh Gott! Shit, gerade schlecht geworfen. Kein Ding. Nichts! Rechts ist clear. Na halt ein Tod. Bin in die Falle gerannt. Wo bist du noch nicht? Nein, 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 nein! Äh, chill, 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 chill. Ah, fuck man, zwei Sekunden zu spät, ey. Fuck Alza, der war irgendwie doch noch dahin. Nein! Nein! Nein, er kommt genau im richtigen Moment. Für uns weg, schreibt die Liete Putzraue, ist das ein Ernst? Nein, nein, ist nicht okay, bleib hier. Was zum Teufel? Edward Laser ist einfach, ja, der ist jetzt komplett weg, ne? Heilige Scheiße, Alter. Er führt nicht gut. Okay, dann bleib ich. Wir sind zu fährt, die Liete Putzraue, du kannst dich nicht einfach abhauen, Mann. Nimm dich an, wenn du keine Zeit hast. Du Lumpi, was ist das Wichtigste? Dann musst du natürlich gehen. Oh, Edward Laser wird erstmal ins Geflame, oder? Ich schreibe ihn jetzt erstmal an. Neue Sleeve. Komm, wieder rein, Dude. Ja, wenn es nicht wichtig ist, dann darfst du auf gar keinen Fall gehen. Oh, sorry. Äh, nie. Ja. Ja, ohne. Ich habe aber keine Ahnung, wo die kommen können, um ehrlich zu sein gerade. Wo sind wir denn überhaupt? Äh, Cafeteria. Death, Domitore und Cafeteria. Oh, Matsi, boop, boop, boop. Auf welchen Satz bekomme ich den Geburtstagsgeschenk am 13.5 Uhr von dir? Auf welchen Satz? Dass er hierbleiben muss? Oder dass es nicht wichtig ist? Das weiß niemand. Vielleicht will er einfach nur Geschenke haben. Aufmensch. Ah, das könnte auch besser. Wiener putzt Frau und seine Kackpistole. Die ist auf Panik. Bei einer Ebene kommt was rein. Ja, da hatte ich auch gerade einen Fight gegen Schilder. Ich habe mich zurückgezogen. Alles gut, Knüppel? Nein, 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 nein. Bitte stirb. Habe ich ihn? Ja, er hasst ihn. Oh, 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 oh. Schock-Runde mehnt sich mir hinterher. Ah. Fuck. Nein, oh mein Gott. Aber lebe ich noch? Ja, du lebst noch. Über dir. Äh, unter dir. Egal. Gut, das sieht gut aus, Jungs. Wir holen uns die Runde jetzt hier. David, du bist Killer. Was bist du? Killer! Killer! Ich bin hinter dem Schild und warte mal, dass einer kommt. Killer! Dann will ich zu der einen Seite das wegrennen. Ja, dann will ich zu der anderen Seite das wieder runtergehen. Oh, Knüppel, Alter. Ja, hier ist einer. Rechts bei mir im Raum. Au, 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 au. Lebst du noch? Ich lebe noch, ja. Ist er immer noch im Raum? Der ist im, diesen großen Raum ist der, weißt du? Ich weiß, ich kann das jetzt gerade schlecht erklären. Warte, warte, ist der bei mir. Irgendwo da bei dir, genau. Da, wo David ist. Na, der aimt mich ab, Alter. Wo war der denn? Auf der Treppe. Auf der Treppe hoch. Hat er einfach abgeaimt. Wir haben mich instant getötet. One-Shot, Mann. Hab ich. Schönen Glück. Ich geh wieder runter. Fick dich am Arsch. Schau mal hier bei mir im... Hier warte mal. Oh, what? Nein. Der andere war da glaube ich auch in der Nähe, wo du jetzt gerade bist, Daniel. Was meinst du in der Nähe? Du meinst da durch Löcher hier, oder was? Irgendwo bei der Treppe. Scheiße, Alter. Ich hab die Treppe nicht einmal gesehen. Ich kenn die Map zu wenig. Ich erschrecke ihn. Ich lauf hier gerade um. Er ist nicht mehr da. Bei der Treppe. Die Treppe ist frei. Okay. Wow. Eine Küche. Eine Küche. Oh mein Gott, Alter. Weil gerade eben... Weil gerade eben... Eine Küche. Oh mein Gott, Alter. Weil gerade eben... Küche immer noch. Du gegen ihn. 1 gegen 1. 38 Sekunden. Ich werde Menschen aufrufen. Ich werde mit ihm eh perder. Und dann Junge. Who are you? Mö what are you doing? Something... Lew邓. Die Rockstar magpa! mit ziemlich viele kills gemacht ein bug war das genau bug alter das kann ich ein ace gemacht habe es war mega bekloppt der typ war halt auf der treppe habt ihr die ganze zeit gehört und hat nicht mal meine richtung geämmt und erst als ich an der ecke war dreht er sich auf einmal umguckt genau meine ecke und drückt ab und ich bin die ganze zeit geschlichen also er konnte mich nicht gehört haben ich glaube wir nehmen diesmal sind diesmal woanders habe ich das gefühl ihr habt die sind woanders schreibt übrigens dass er im lade screen ist wenn ich reinkommt dass ich es aufteilt aber wie fix match make was übrigens im letzten patch stand drin jetzt starten übrigens rent games nicht mehr wenn nicht zehn leute minimalen ich habe einen gefunden ich habe die bombe gefunden gut job david hier ist ein lollipop für dich du liebst lollipops nicht wahr warum ist lollipop eigentlich so ein sexuelles wort geworden weil so ein typ mal gesungen hat legt mal ein lollipop nein jetzt hat er mich gerade kaputt gemacht mann und mann und der magic und der magic mit der magic stick kennst du den ziemlich guten lietext er hat nur den einteil der hört aber auch schon auf kann man in diesem eisübel hier hoch glaube nicht oder es ist ne uvv technisch ist halt nicht in ordnung knüppel So. Ganz nach oben, ne? Bitte nicht, danke. Hallo? Hallo? Oh, ich hab einen gesehen, da ist gerade einer runtergesprungen. Oh, Knüppel hier. Oh, da ist einer vorne. Good job, David. Oh, da ist noch einer. Nein! Da ist auf jeden Fall noch einer gewesen. Äh, Kapka. Ich bin streng. Ich habe eine Bombe gefunden. Ich sehe sie zwar nicht, aber ich habe sie gefunden. Nice. Good job. Eigentlich habe ich die Hoffnung, dass jetzt gleich einer noch mal so umfällt. Ich muss hier echt mal irgendwie weg oder so. Ich lass dich mal da alleine, ja? Ja, okay, okay. Da ist direkt einer in der B-Bombe. Kannst du da auch vor rum? Beides Stück im Vorraum ist auch noch einer, da sitzt Kapkan. Ich glaube weiter rechts hat er gehockt, irgendwo da. Gut Job. Nice, nice, nice. Minimale Hitbox-Issues, Alter. Nein, da ist noch einer. Lass ihn kommen, lass ihn kommen, Knüppel. Nicht, nicht pieken. Ich hab dich, ich hab dich. Okay, okay. Schieß den direkt in den Rücken, wenn er durchkommt. Konzentriere dich aufs Fenster. Nur aufs Fenster, Knüppel. Hast du ihn? Nice, Mann. Könnte auch einer kommen, Knüppel. Bei Elite putzt raus einer. Knüppel, da könnte auch einer kommen durch die Tür gerade. Ich bin gerade in das eine Fenster reingegangen. Was du von auftauchst? Noch besser, noch besser. Einer ist bei der B-Bombe. An einem Tisch. Weiß aber nicht, wo der hinguckt. Der ist direkt bei der B-Bombe. Ich brauche einen Moment, Zeig-Tripper. Was war das denn? Ich komme um die Ecke, auf einmal steht und putze auf unserem Gegner drauf und schieße einfach nur auf den Boden. Der Typ ist direkt bei der B-Bombe. Der ist an der Bombe selbst dran. So. Wenn Knüppel quasi durch die Wand schießen würde, würde er in den Treppen. Wo ist denn die B-Bombe eigentlich? Direkt vor dir. Wo denn hier? Ne, ich glaube nicht. Weiß nicht. Jetzt läuft er, er läuft, er läuft, er läuft. Ja, das war zu spät. Jetzt ist er schon weg. So. Wir sehen nicht mehr. 50. Kann sein, weil du dich durch die Tür guckst und siehst irgendwo. Pass auf. Ich habe nicht mehr einen Blick. Warte. Warte. So hell bei mir gerade, Alter. Nice, Mann. Ich sehe gar nichts auf dem Map. Ja, ich gucke da rein. Überall ist Nebel und so. Das ist echt krass, Alter. Das ist schon ein bisschen hacky, Alter. Was? Das war ein bisschen. Ja, ich... Es war einfach nur Prefire und dann plötzlich war der Kopf da drin, Alter. Tigger. Ja gut, das war irgendwie der Kill, als ich das Fenster aufgemacht habe. Ich hau gegen das Fenster. Boah! 15 Kills! Sorry! Ich habe es gar nicht realisiert, Alter. Ja. Pretty obvious! Oh, ich bin nicht gut die Carry, muss ich sagen. Ich glaube, die Putzfrau ist raus. Ja, nicht nur das. Irgendwann Laser ist übrigens auch raus. Ja. Aber Backbarn, ne? Ja. Was ist ein Anti-Freund? Ernsthaft? Voll doof. Wir brauchen andere Freunde. Wir brauchen neue Freunde. Zuverlässige Freunde. Möchte nicht irgendjemand von euch unsere Freundschaft mitspielen?